Es gibt Sprachen mit Garbage Collector und es gibt Sprachen ohne Garbage Collector und dann gibt es natürlich noch Rust. Rust macht sein eigenes Ding mit der Ownership und lasst uns deswegen heute mal in dieses Konzept einsteigen. Allein zu Ownership und Boring könnte man allerdings eine ganze Videoreihe machen. Also bitte verzeiht mir, wenn ich nicht in das komplette Detail gehe und nicht alles erkläre, was damit irgendwie zusammenhängt. Ich versuche das heute auf das Wesentliche hier zu reduzieren, damit ihr wisst, was da eigentlich passiert. Die ganzen feinen Nuancen werden wir uns noch angucken und wenn wir dann eben in die Themen jeweils detaillierter einsteigen, zum Beispiel mit Funktionen und so weiter. Okay, also zunächst nochmal, was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich überhaupt Garbage und Garbage Collection? Nun, das große Problem ist folgendes. Wir haben hier mit S eine Variable definiert. Die enthält den String Hello und den geben wir hier aus. Danach brauchen wir S eigentlich so gesehen nicht mehr, aber S bleibt gültig, bis die geschweifte Klammer gelöst wird. Also bis sie quasi beendet wird. Genauso ist das hier mit S2. Und ja, ich darf einfach so geschweifte Klammern auf und wieder zumachen. Und dieses S2 ist innerhalb von diesen geschweiften Klammern, also sprich von der Zeile, wo ich es definiere, bis zum Ende, wo ich die geschweifte Klammer schließe, ist das Ding gültig. Es wird sozusagen intern ein Drop aufgerufen, wenn ich eine geschweifte Klammer erreiche und danach ist es halt nicht mehr gültig. Sprich, wenn ich dieses Printline hier außen hinschreibe, dann bekomme ich einen Fehler. Es ist nicht mehr in Scope. Und das ist die Lebenszeit sozusagen von meinen Variablen. Und selbstverständlich funktioniert das auch, wenn hier if steht, wenn hier loop steht, wenn hier while steht und so weiter und so fort. Das funktioniert mit Funktionen, das funktioniert mit Structs, das funktioniert mit allem. Das ist die Lebenszeit von Variablen. Ein Garbage-Kollektor macht nun genau das für euch. Er räumt auf. Er sagt euch, ey, S2 ist da nicht mehr verfügbar. Der Speicher könnte von einem anderen Ding belegt worden sein. Also sagen wir mal, hier haben wir LED S3 ist gleich irgendwas hier. Dann ist dieses Irgendwas rein theoretisch auf demselben Stück im Speicher wie mein S2. Das kann vorkommen. Wir wissen es einfach nicht. Der Speicher wurde... Oh, ich habe das als Range gemacht hier. Der Speicher wurde quasi freigegeben, ohne dass wir das vielleicht beabsichtigt haben. Und das kann zu Fehlern führen und sogar zu großen, großen Sicherheitslücken. Deswegen haben viele moderne Sprachen eine Art Garbage-Kollektor. Eben sowas wie, hey, wenn die geschweifte Klammer erreicht wird, dann löschen wir einfach S2 und lassen es nicht zu. So, das sind vor allem Sprachen wie Java oder Python, die hier einfach sagen, ey, eigentlich brauchst du die Variable danach nicht mehr. Du darfst die jetzt danach nicht mehr benutzen. Und die räumen dann für euch auf. Jetzt gibt es allerdings in Python und in Java ein zentrales Konzept nicht. Und das sind Pointer. Pointer gibt es zum Beispiel in C. Und hier ein kleines Beispiel. Das ist jetzt kein korrekter C-Code. Aber man kann in C mit malloc einen gewissen Speicherbereich einfach reservieren. Ich kann dir sagen, ey, mach mal bitte malloc für 42 Kilobyte. So, das heißt, ich habe 42 Kilobyte meines Speichers reserviert. Der gehört jetzt dieser Variable. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, lass mal A auf diesen Speicher zugreifen. Dann zeigt A auf diesen Speicherbereich. Was ich dann da reinschreibe, das bleibt mir völlig frei überlassen. Da kann ich alles hinmachen. Aber ich kann mit A darauf zugreifen. Und ich kann mit A dann auch da Sachen reinschreiben. Und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wann ich A eben nicht mehr brauche. Denn es kann ja folgendes sein. Ich definiere mich hier draußen ein A und lass das einfach mal leer sein. Dann mache ich hier drin ein malloc. Also reserviere mir Platz und sag A soll hier bitte drauf zeigen. Und dann will ich hier unten wieder auf A zugreifen. A ist was zum Beispiel. Naja gut, was dann passiert ist, in C gucke ich nach, was steht denn hier drin in diesem malloc. Und dann schaue ich, was da drin steht. Das Problem ist, wenn ich diesen Speicherbereich jetzt allerdings hier unten drunter freigebe, nachdem ich ihn reserviert habe, auf was genau greife ich dann hier zu? Das gibt es ja einfach nicht mehr, diesen Speicherbereich. Und das ist das große Problem. Es kann passieren, dass ihr auf Speicher zugreift, der eigentlich so gesehen freigegeben hätte werden müssen. und der vielleicht schon wieder neue Variablen beinhält. Zum Beispiel kann ich hier einen Speicherplatz, der für ein Bild reserviert war, plötzlich wieder verwenden und dort Passwörter reinschreiben. Und dann kann ich auf diese Passwörter hier unten zugreifen. Ist nicht geil. Und deswegen müsst ihr euch in C zum Beispiel selbst darum kümmern, wann ihr Speicher freigebt und ihn quasi wieder löscht. Und dann müsst ihr natürlich auch selber wissen, auf welche Variable kann ich wann zugreifen. Das ist ein komplexes System und es haben sich jahrelang alle Menschen darüber zerfleischt, wann man das tun sollte, weil es auch echt nicht einfach ist. Ich kann mit diesem Pointer theoretisch noch deutlich später auf diesen Speicherbereich zugreifen. Und manchmal muss ich das sogar. Und naja, das macht die Sache schwierig. Wenn ich es zu spät freigebe, verschwende ich Platz. Wenn ich es zu früh freigebe, kann es sein, dass ich wo drauf zugreife und eine Sicherheitslücke baue. Also alles nicht so einfach. So, jetzt gibt es dieses zentrale Konzept der Pointer, zwar in C und C++, aber in Python und in Java passiert das alles unter der Haube. Ihr könnt das nicht explizit machen. In Rust könnt ihr mit Pointern arbeiten. Das heißt, ihr könnt sagen, P1 ist gleich und S. Ja, es gibt Pointer in Rust. Und hier steht plötzlich und String dabei. Und ihr müsst euch um diese Pointer kümmern. Und das macht die Sache sehr schwierig. Ihr habt gelernt, dass dieses S2 hier unten nicht mehr existiert. Was wäre, wenn ich jetzt mein P1 nicht hier definiere, sondern hier drin definiere und dann hier unten nicht den String ausgebe, sondern ich gebe meinen Pointer 1 aus. Was machen wir dann? Nun, wenn ich das versuche, dann kriege ich natürlich, der Pointer ist halt auch nicht in Scope. Bist du dumm oder was? So, klar. Aber was passiert denn, wenn ich meinen Pointer hier oben definiere? Hier ist er ja definitiv in Scope und da unten ausgeben lasse. Naja, dann kriege ich halt meinen ganz normalen Hello-String. Also hier Hello. Ich habe es unterschieden zwischen Hello und Hallo. Nicht wundern also bitte. Und ich habe hier gesagt, okay, und S. Ja gut, dann hier drin verändere ich das Ding ja nicht. Ich verändere es generell nicht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Das hier nennt sich Borrowing. Und das hier oben ist die Ownership. Das ist ein sehr, sehr zentrales Konzept. Und wenn ich eine Ownership habe, dann kann diese Variable alles mit dem Inhalt machen. Das heißt, diese Variable hier, S, die ist ein String. Die besitzt alles, was drin steht. Die hat da die volle Kontrolle drüber. Und naja, sie ist nicht mutable, das heißt, sie kann es nicht überschreiben. Aber grundsätzlich kann sie alles damit machen. Sie kann Sachen hinzufügen. Sie kann den String löschen. Es kann immer aber nur einen einzigen Owner geben. Also dieser Besitz hier oben, der ist unique. Der ist einzigartig. Und zwar nur für eine Variable. Alle Inhalte werden von genau einer Variable besessen. Und das kann nicht zwei sein. Also das ist völlig unmöglich. Und im Endeffekt ist dieses S jetzt an der Stelle auch für die Freigabe des Speicherbereichs verantwortlich. Das heißt, wenn ich hier S2 mir angucke, wenn S2 plötzlich out of scope geht, also nicht mehr vorhanden ist, dann, also das passiert an dieser geschweiften Klammer, die ich hier schließe, dann wird dieser Platz, den ich reserviert habe für Hallo, wird wieder freigegeben. Wenn dieses S out of scope geht, sprich hier, wird der Platz für diesen Inhalt wieder freigegeben. Immer wenn der Besitzer out of scope geht, wird der Speicherbereich freigegeben für euch. So, das ist super. Und dadurch, dass es nur einen Besitzer geben kann, ist das auch eindeutig geregelt. Borrowing hingegen sind ja Pointer. Die zeigen nur auf einen Bereich im Speichern. Sprich, P1 besitzt nicht das Wort Hello. Es zeigt nur eben auf einen Vermerk in meinem Speicher, den ich halt S genannt habe. Ich zeige sozusagen auf S und merke mir, aha, das Ding, das besitzt diesen Inhalt. Ich weiß nur, dass der der Besitzer ist und ich kann auf diesen Besitzer zugreifen. Ich kann sozusagen mir merken, aha, der kann damit umgehen. So, jetzt darf ich das hier relativ frei machen, denn P1 hat überhaupt keine Rechte für den Inhalt von S, also diesen Hello-String. P1 kann gar nichts. P1 ist ein Immutable Borrow, ein unveränderliches Ausleihen. Das heißt, ich kann P1 nicht verändern, ich kann mit P1 S nicht verändern, ich kann eigentlich relativ gar nichts damit machen. Und dementsprechend habe ich auch bei Nebenläufigkeit, also Concurrency oder halt mehreren Threads, die ich ausführe, keine Probleme, weil P1 hat einfach buchstäblich keine Rechte. Und deswegen darf ich hier auch noch ein P2 machen, das auch auf S zeigt und ein P3 und ein P4, das ist alles kein Problem. Und das darf ich hier machen und ich kann das hier einmal kurz zeigen, dann sehen wir hier, ich kann wunderbar darauf zugreifen, das ist gar kein Problem. Weil ich, wie gesagt, mit meinem P1 nichts tun kann, außer den Inhalt zu lesen. Und das ist alles. Ich kann nur lesen. Und das ist super, weil da kann nichts schief gehen dabei. Wenn ich allerdings ein Mutable, ähm, ein Mutable Borrow habe, sprich mein Borrow hier kann Mutable sein, also veränderlich sein, und ich habe noch einen String, der Mutable ist, oh oh, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Denn dann passiert das hier, ah, nee, noch nicht. Sekunde. So, ähm, ich habe das mal für euch angepasst. Ich habe hier einen Mutable Pointer 1, der auf einen veränderlichen String zeigt. Ich habe einen zweiten veränderlichen Pointer, der auch auf einen veränderlichen String zeigt. Und beides Mal versuche ich, diesen String auch veränderlich weiterzugeben. Das heißt, ich könnte jetzt mit P1 den Inhalt von S ändern. Ich kann aber auch mit P2 den Inhalt von S ändern. Und das ist ein großes, großes Problem. Denn, ähm, wir dürfen das nicht. Weil jetzt könnte ich theoretisch hier P1 und P2 in einem Thread jeweils laufen lassen und mal gucken, wer zuerst meinen String S ändert. Und, naja, dann habe ich ein Problem. Denn dann kann ich die Länge des Strings ändern. Ich kann die Inhalte ändern. Und man weiß plötzlich nicht mehr, was drinsteht. Es kann alles drinstehen. Es kann eben zu dieser blöden Nebenläufigkeit kommen, die wir bei, äh, Multithreading kennen. Äh, oder auch noch nicht kennen. Falls ihr da noch nicht seid, kommt da hin und dann kommt ihr hier nochmal drauf zurück. So, das Problem ist also, wir dürfen das nicht, weil es potenzielle Probleme geben kann. Und der Rust-Compiler allerdings sagt mir das auch. Das heißt, ähm, es passiert nicht zur Laufzeit, dass hier gesagt wird, ey, nee, so aber bitte nicht. Sondern der Compiler meckert einfach, wenn ihr das Programm baut. Ja, und das heißt, bevor ihr es ausführen könnt, meckert er schon. Ähm, first immutable borrow occurs hier. Und hier second mutable borrow occurs hier. Und first borrow use later. Das ist was anderes. Ähm, genau. Das heißt, wir können hier das auch schon nicht machen. Das ist auch das Problem. Was wir machen können, ist das hier theoretisch. Praktisch wollen wir das aber auch nicht haben, weil ich hier auch zu, ähm, quasi, wenn ich, wenn ich Multithreading benutze, kann es hier auch zu Problemen geben. Das heißt, was ich nicht machen darf, ist mutable borrows gleichzeitig an veränderlichen Stellen. Und ich darf auch nicht gleichzeitig mutable borrow'n und einmal immutable borrow'n. Ich darf allerdings meine Pointer mutable ausleihen. Das geht. Das kann ich machen. Ähm, das funktioniert auch ohne Probleme. Hier sag ich ja im Endeffekt nur, es kann sein, dass P1 jetzt auf S zeigt und später auf was anderes. Genauso bei P2. Ähm, hier sagt die Mutability, also die Veränderlichkeit. Ich kann ändern, auf was die zeigen. Das ist das vorne. Hier sagt die Mutability, ich kann den Inhalt von S ändern. Und das ist wegen dem hier, wegen dem zweiten, nennt es sich mutable borrow. Wegen dem ersten, sagen wir einfach nur, der Pointer kann sich halt verändern. Der kann irgendwann später auf was anderes zeigen. Das ist also überhaupt nicht dasselbe, ähm, wie das hier. Es geht also um dieses und mut String. Das hier ist ein mutable borrow und davon darf ich nur eins haben. Insgesamt. Ähm, also an einer Stelle, ja. Wenn ich hier oben sage allerdings, hey, wir wollen hier ein mutable borrow haben. Und hier unten sage ich dann wieder, äh, lass mal P2 da drauf zeigen. Wir machen das mal so. Das funktioniert. Das ist nicht das Problem. Denn hier oben sage ich, mach mal bitte ein mutable borrow auf S. Das heißt, S kann hier drin verändert werden. Und ich darf alles mit S jetzt machen. Ich kann zum Beispiel hier aus Hello, kann ich Hello World machen. Kann das hier printen. Und dann plötzlich ist P1 nicht mehr existent. Das heißt, ich habe auch kein mutable borrow mehr. Weil diese geschweifte Klammer hier gelöscht wird. Oder sagt, dass P1 gelöscht wird. Und dann kann ich es nochmal erneut ausleihen. Das ist auch kein Problem. Ich kann hier auch sogar nochmal mutable ausleihen. Das ist auch in Ordnung. Das geht. Weil hier P1 überhaupt nicht mehr existiert. Weil P1 seine Lifetime erreicht hat. Und, naja, tot gemacht wurde. Wenn man so möchte. Ähm, genau. So. Und ja, das soll es für dieses Mal auch schon gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Köpfe schon rauchen. Man könnte jetzt noch sehr viel tiefer ins ganze Konzept einsteigen. Ich möchte allerdings hier natürlich nochmal zurückkommen drauf. Wenn wir über Functions reden. Wenn wir über Stack und Heap reden. Wenn wir über Pointer nochmal vielleicht detailliert sprechen. Ähm, denn es gibt ja auch noch eine Kleinigkeit, die ich euch mal zum Knobeln lassen möchte. Einfach nur ein bisschen ausprobieren damit, damit ihr ein bisschen warm werdet. Und zwar, wenn ich hier einen Mutable Pointer habe. Da muss ich mal auf Mutable S zeigen. Und anschließend hier drinnen sage, P2 soll bitte auf und S2 pointen. Und, äh, ich brauche gar kein P1 eigentlich an der Stelle. Das brauche ich alles nicht. So. Und hier unten möchte ich P2 ausgeben. Was passiert dann? Und warum geht das nicht? Überlegt euch das mal. Ähm, okay. Das steht eigentlich sogar schon hier. A borrowed value does not live long enough. Genau. Das Problem ist nämlich hier, ich erkläre es vielleicht noch ganz kurz, damit wir den Teil abgeschlossen haben. Hat was mit Ownership zu tun. Pausiert mich kurz. Denkt selber drüber nach. Jetzt erkläre ich es. Okay. Also, P2 zeigt hier auf S2. Ja. S2 ist diese Variable hier. Auch wenn P2 hier oben definiert wird, heißt das etwas Besonderes. Und zwar, P2 wurde hier oben definiert und zeigt auf S. Schön. Das bedeutet für P2, der Wert lebt, bis wir hier unten an die schließende Klammer kommen. Hier oben sagen wir aber, P2 soll bitte als Pointer auf S2 zeigen. Das ist völlig legitim. Es ist ja mutable. Das heißt, ich darf die Referenz auch woanders hinsetzen. Und dann sagen wir also damit, mit dieser Zeile hier sagen wir, leih dir mal den Wert von S2 aus. So. Und hier unten sagen wir, gib mal bitte diesen Wert aus. Das Problem ist aber, P2 hat nicht die Ownership über S2. Denn S2 hat selbst natürlich die Ownership über S2. Das ist ja, also über den Inhalt von S2. Das ist ja klar. So, das heißt aber, S2 lebt nur bis zu dieser geschweiften Klammer zu. Und danach wird der gedroppt. Das heißt, der wird einfach fallen gelassen und existiert halt nicht mehr. Und dementsprechend zeigt P2 hier auf etwas, was nicht mehr existiert. Und deswegen heißt es hier, der geborrowed Wert lebt nicht lang genug. Beziehungsweise hier, droppt hier, while still borrowed. Das sind zwei separate Fehler, die quasi dasselbe zeigen. Und ja, deswegen ist das hier kein gültiger Code. Hier müssten wir uns überlegen, ob wir diese Zeile hier rauslöschen. Oder ob wir S2 vielleicht in einen Wert übertragen, der so lange lebt, dass er hier unten ist. Also zum Beispiel hier oben einen String einbauen und den eben soweit leben lassen. Oder ihn irgendwie returnen oder eine Funktion bauen oder, oder, oder. Das sind alles Überlegungen, die kann man natürlich haben. Es gibt hier an der Stelle natürlich kein richtig oder falsch. Aber Rust, muss man einfach so sagen, eignet sich hervorragend für Coderätsel. Und die bauen wir bald wahrscheinlich bei uns in der Academy auch noch ein. Und ihr könnt die auch selber einbauen irgendwann. Ja, dementsprechend schaut gerne vorbei. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.